hey leute willkommen zu fnaf ich freue mich auf das spiel weil ich überhaupt keine angst habe und auf jeden fall sind vertrauen habe dass ich die nacht schaff ja auf jeden fall wir haben in der letzten folge schon versucht wir hätten es auch fast geschafft ding war aber dass fox nicht folgt hier das freddie am ende nicht gesungen hat weil das ist so ich habe nicht gesagt sei leise sei leise ich habe mir schon gehört das links aber normalerweise ist es so wenn es nacht wird also wenn der stromausfall ist dann dann sinkt ja erst mal freddie habt ihr links gesehen er ist da und sinkt dann erstmal flackert so rum deswegen ist wenn man genau dann seine maus nicht bewegt dann dann sinkt man was länger und so etwas länger zu dir hinkommen wenn dann auch gehört zu sehen aber der arschloch der ist auch schon das ist bei mir nicht gemacht das haben wir einen grunden das fack mich ab und das habe ich abgefangen wir werden auf jeden fall in dieser folge die viertelacht schaffen also ja wenn ich jetzt in diesem fall nicht schafft dann also wenn ich jetzt nicht schaffe dann werde ich auf jeden fall jetzt in vorschulen sehen und meine ganzen schweißen wie ich gestorben bin das alles cutten und alle sind weg wo ist freddie ich glaube nicht dass ich weiß ich glaube nicht dass ich weiß ich glaube nicht dass ich weiß ich Oh no! Freddy, Freddy Boy! Wenn ich umzusetzen will, ist, dass ich auch hier gucken werde. Weil, ich weiß nicht, was ich jetzt kann die Lügen erzählen, aber ich glaube, dass es so meine ganze Zeit auf Freddy schlacht. Dann wird er irgendwann mal abhauen. Also er wird er schnell abhauen. Es ist wichtig, ich muss weg, Bruder. Diese Tüfer braucht so mich rum. Hau ab. Der ist in den Sekunden hier. Die brauche ich nicht. Geh, Bruder, mach du. Zeig ihm Bruder ab. Dann hast du Bruder. Okay. Oh, warte. Das ist noch kurz. Was? Ich hab' nichts mehr zu bekommen! Das ist noch nicht gut, Bruder. Thomas aus. Das ist noch gar nicht gut. Es ist auch alles nicht so gut. Die war noch nicht gut. Die war noch nicht. Die war nicht. Die war noch nicht. Die war nicht. Die war nicht. Es geht nur um Freddy, dass er jetzt nicht ist. Hier ist und redaktisch. Und jetzt ist Bonny gekommen. Jetzt, wo ich es sag. Geil! Und Freddy haut nicht ab! Ich kann eigentlich schon neu starten ehrlich. Ich kann ohne Joke jetzt eigentlich schon neu starten. Bruder. 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 keine ahnung das kriegt das auf einmal meine bildschirmaufnahme wo wir es nicht mehr schnapp erkennt vielleicht daran wird gefixt wenn ich mein pc oder so das weiß ich nicht aber diese frage muss mit spielaufnahmen machen aber ich glaube das kann unterschied ich muss das einfach nur großziehen und das war es ja ich hatte kurz nur angst dass ich das bin ich auch nehmen kommt auf irgendein grund weil es gibt eine spielaufnahme ne wisst ihr was kommt jams geld nicht sonst geht nicht kommen ich bin offen ich habe so kackt wir waren das auf dem sonstige jams geht jams geht jams geht jams geht jams geht jams werden ich werde es trotzdem erschrecken weil es an meine ohren machten ich habe hier kopfhörer an da kommen jams geht jams geht jams geht jams geht jams ich glaube der jams geht nämlich nur wenn ich mich jetzt rumbewege ah foxy stimmt ja gut foxy macht mich immer da und dann mal los auf meinen second try by the way das spiel kostet fünf euro falls ich so nicht gesagt habe es ist das teuerste der teuerste fnaf teil warum aber der fünf euro kostet ich meine andere teile sind jetzt bei manche von den anderen teilen sind doch besser als dieser teil und naja ist es komisch von die neueren teile ganz neuen teile die kosten nicht mal irgendwas ist das auch ganz komisch aber okay und was ich jetzt wundert warum er endlich anruft ist es immer nur so dass er anruft wenn ich das spiel neu startet dann ruft er immer dann an aber jetzt ist er weiß das spiel das ist mein zweiter versuch ist und jetzt ruft er nicht an das war ich nur so erklärm chica ist da dann schädig kurz 1 2 3 4 5 ja ist mir egal wo chica ist ich höre das schon 1 2 3 4 5 5 so ich hoffe das sieht doch wohl noch gar nicht wach ist also zumindest ich noch nicht ansehen betunden sie ist chica wird gleich kommen das weiß ich das ist nicht so gut aber sonst sind die anderen noch am schlafen aber was ist mit chica los ich höre die gar nicht mehr die spore ist verschwunden magic freddie ist wach eine morgens freddie ist wach zu bion ist hätte schlimmer gelaufen können hey was geht jetzt da muss zugeben der beste sparfuß bin ich jetzt nicht also hau doch ab bonnie dieser hase dieser hase kann es bitte drei morgens werden ist weg endlich das hat zehn jahre gedauert und hat meine ganze energie gefressen holly ich hoffe man sieht das licht nicht vor meiner tür weil vor meiner tür ist das licht im flur das sieht man nicht fox hat gar keinen bock zu kommen das ist gut sieht man ihn also ist jetzt nicht da sieht man ihn hier 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 der ist da der ist da komm schon ich hab doch schon mehr als die hälfte verbraucht und mehr als die hälfte der zeit ist schon vorbei oder komm schon ich muss auf rechts achten weil rechts ist freddie verdammt ist irgendjemand vor der tür also hinter der tür ihr wisst was ich meine welche sage verdammt es ist vier morgens ich weiß habe ich nur noch 30 prozent das ist nicht gut ok das ist gut sehr abkommen ist jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein so wie der gleich im moment feifer jr ok no 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 freddy ho ab. Ach, kleck mich doch. Was soll denn das? Komm, jumpscate mich. Jumpscate mich. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist unfair. Eigentlich nicht schön. Ja, für den ersten Teil ist die Mechanik noch nicht so geil. Finde ich zumindest. Ich glaube, Freddy jumpscate mich nur, wenn ich mich umbewege. Im Office. Und kommt Foxy? Kommt Foxy? Oder Freddy? Oder Bonnie? Oder Chica? Null. Power. Potent. Oh. Anscheinend kriegen wir den Strom aus bei Jumpscare. Außer ich hab Glück des Jahrhunderts. Und noch einmal singt Freddy zehn Jahre. Und braucht zehn Jahre, um zu mir zu kommen. Und dann wird 6am. Wer? Zumindest geil. Oh mein Gott. Was? Ich hab's noch nie durch Flachflüge geschafft. Yo. Yo. Was? Zweiter Versuch? Zweiter Versuch? Zumindest in der Aufnahme zu heute. Aber so. Ich hab, wie gesagt, schon mal Feuer aufgenommen und das war rumgeglitscht. Und das war kein richtiger Versuch. Nacht 5, Leute. Letzte Nacht. Und das war direkt. Das T-Shirt ist so gut. Die T-Shirt ist schon direkt weg. Na komm, nimm ab. Hallo? Hattest du nicht tot? Okay. Das war ja überhaupt nicht gruselig. Okay, war das nicht, aber... Wirklich schon. Alle sind weg. Alle unterwegs. Hey! Hey, 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 hey. Was ist es mir? Was? Freddy kommt näher. Mal auf die rechte Seite gucken, weil Freddy ist wichtiger. Hier kommen die zwei schlimmsten. Also nicht die zwei schlimmsten, aber Freddy ist das schlimmste. Bonnie und Chica, die kann ich mittlerweile gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Halt's mal. Wollen die Lichter anmachen, wenn ich Ritter höre? Freddy kommt näher. Einmal noch lachen von Freddy. Ich mach' die Hütte. Hiiii. Ist noch da. Foxy ist wach. Okay. 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 Ich schaff' das nicht. Gott, nee, das schaff' ich nicht, Bruder. Der haut nicht ab. Ich hasse es. Die stehen vor... Bonnie und Chica stehen vor der Tür und klauen meine Energie. Freddy lacht mich aus, bleibt zehn Jahre vor der Tür. Und Foxy? Wenn ich Gefecht habe, dann klaut sie mir meine Energie. Auch nicht geil. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Super. Endlich kann ich mich nur umgehen, weil... Bei diesem Spiel habe ich auch schon gemerkt in der Nacht. Freddy drin. Was? Wo ist Freddy? Na egal. Das gehört nicht. Ah, sind beide weg. Endlich. Endlich. Da ist Freddy. Im Gang. Okay, okay. Da ist nicht drin, oder? Da ist direkt vor der Tür. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oder? Ich glaub' Freddy ist vor der Tür, weil... Also das ist... Ja, der ist da. Und da ist Chica. Das ist jetzt meine Morgens. Ich freu' mich so. Ja, lalala. Ah Freddy, bitte hau' ab, du dummes Stück Scheiße. Hau' ab. Oh Gott, Chica. Warte, wo ist Freddy? Ist Freddy noch da? Wir werden es erst sehen, wenn Chica da weggeht von dem Spot. Oh Gott, oh Gott, beweg dich doch. da saß Chica was mit Bonnie? er kommt nicht Chica ist weg Freddy immer noch nicht ich glaube Freddy geht erst wenn er nochmal lacht kann das sein dann würde ich nämlich warten wo ist Bonnie? da ist Bonnie hi ich hab mich schon gewundert wo du bist Bruder ich muss mir das abkühlen ich werde die Nacht nicht schaffen das schaffe ich nicht das wird ein wunderwürdiger Schafen jetzt oh die Folge ist auch schon überzogen oh Gott ey die hauen einfach beide nicht an ich hab's echt schon verkackt alter ehrlich ich hab's schon verkackt ich kann bitte Freddy einfach gehen Bruder Freddy Hau ab ok kommt kült mich ich habe so kackt ich habe so kackt und es legt anscheinend meine aufnahme laut ops geil falls man auf mir jetzt am lenken sein sollte dann tut es mir leid hofft die jungs gesagt ich habe keinen bock Und Caving the Bar, ich hab' Bock mehr, Alter. Wo kann hier raus? Ah, da.